Hallo liebe Fußballfreunde, ein YouTuber heißen, Kanalname, David. 50 Aufrufe, 2 Damen oben und 10 Kommentare. Kommentare lese ich euch mal vor, grüße dich Fußballfreund, gemeine Kommentare kommen von gemeinen Menschen, der Raum ist die gemeine Meinung falsch, habe dir zugehört und sehe gerne spannend. Hobbys sind gute Themen zum drüber reinreden. Der Daumen oben hoch, dein Fußballfreund, Kanal, der du bist, machst, machst, gut, Olli. Fußballfreunde geschrieben. Hallo Olli und schöne Weihnachten und was ist deine Hobby? Musik, Natur, Tanzen, Grazen, 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 YouTube, Film. Fußballfreunde hat geschrieben und hast gerne aufnehmen und deine Kanal reinmachen, du kannst. Olli hat geschrieben, habe kein YouTube-Kanal, schau YouTube, nur mir gefällt und an YouTubes, so viele verschiedene Themen gibt und viele lustige Menschen, lustige Sachen machen, muss viel lachen, wenn ich YouTube schaue, wenn ich YouTube schaue. Fußballfreunde hat geschrieben und was ist deine Lieblings YouTuber und welche Himmelsmeisterschaft? Fußballfreunde hat geschrieben und Fan. Olli hat geschrieben, sie freu, sie furchlos, Fußballfreunde, holly hui, 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 da gibt es eigene, es gibt so viel, cooles Zeug. Eine Ratsbukin wäre den anderen nicht gerecht. Was findest du cool YouTuber und 1000 Abonnenten? Krieg, kriege ich Geld. Von Fußballfreunde hat gerade geschrieben. Jetzt wird Olli geschrieben. Jetzt wird Olli geschrieben, auf die See, wie See, zu trafen. Jetzt sage ich mal, viel Spaß von diesem Video. Ich gehe 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 mal, viel Spaß von diesem Video.